Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute öffnen wir eine neue Schachtel mit Disney Prinzessinnen. Dieses Mal haben wir die schöne Rapunzel. Wow, lasst uns die Schachtel öffnen. Na los! Wow, schaut mal, Prinzessin Rapunzel trägt ihr Hochzeitanzug an. Wunderschön! Musik Die Krone können wir entfernen. Und den Kleid auch. Es ist sehr golden. Und da haben wir Flynn. Er schaut so komisch aus. Er ist witzig wie immer. Und er trägt auch den Hochzeitanzug. Und ist voll beweglich. Das bedeutet, dass er auch unten sitzen kann. Sie sind so liebvoll und fröhlich zusammen. Super, jetzt lasst uns spielen. Heute sehen wir die Hochzeit von Rapunzel. Heute ist der schönste Tag der Welt. Ich werde mit meinem Prinz heiraten. Ich erzähle euch, wie alles passiert ist. Wir sind spazieren begangen. Oh, es ist so schön hier. Rapunzel, wirst du meine Ehefrau sein? Oh, Flynn. Ja, natürlich. Oh, es war so schön. Ach, es war so schön. Ein Brief von wem findet ihr es sein? Lass mich sehen, Pascal. Es ist von Flynn. Und er sagt, dass die Hochzeit heute ist. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ich muss mich schnell vorbereiten. Pascal, wo bist du? Pascal. Ich bin so aufgeregt. Pascal, du sollst mich sehr schön machen. Hast du verstanden? Aha. 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 Oh. Bin ich fertig, Pascal? Kann ich mich sehen? Ah, du hast meine Haare geschneidert. Was mache ich jetzt? Och, meine Haare. Wow. Och, Pascal. Komm, wir müssen zur Kirche gehen. Komm, wir müssen zur Kirche gehen. Komm, wir müssen zur Kirche gehen. Sie trägt Hauskleider und eine schöne rosa Schleife. Wir haben aber auch andere Akzessorien. Wie zum Beispiel ein Schmetterling für ihr Kleid. Und eine Tee-Tasse. Echt klasse. Sie hat noch ein Buch. Eine magische Spiegel. Der Staubwetel. Und der Kleiderschrank. Der sich auch öffnet. Wow. Wir können auch den Buch reintun. Sehr einfach. Wir werden alles sauber machen. Bill, es ist schon spät. Gleich kommt ein Gast. Du meine Güte, du hast recht. Was soll ich anziehen? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich helfen. Du sollst mich nur öffnen. Du bist eine so gute Freundin. Ich bin so begeistert. Lass uns anfangen. Wie du sagst, meine Kleine. Hm, ich glaube, das wird dir gefallen. Probier es mal. Wow, es ist wunderschön. Es passt dir sehr gut, Bill. Aber ich glaube, du brauchst etwas anderes. Ach, wenn du es sagst. Komm, ich habe etwas noch Spezielles. Juhu. Es ist unglaublich schön. Von wo hast du all diese? Uh. Sag etwas. Äh, auch wunderschön. Aber, äh, ich möchte etwas anderes für dich. Oh, aber was denn? Was könnte schöner als diese sein? Das meine ich, Bill. Diese ist perfekt. Wow, du hattest recht. Ich bin wunderschön. Danke. Danke. Gern geschehen, mein Kind. Jetzt beeil dich. Der Gast kommt. Danke. Oh, er ist schon da. Puh, alles ist vorbereitet. Komm, ich habe für dich etwas Leckeres vorbereitet. Danke. Du bist die schönste Prinzessin der Welt. Oh. Prinzessin, möchtest du mit mir tanzen? Oh, es wäre ein Vergnügen. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.